Musik 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 Das ist ein anderes Video, hier der Zocker, da vorne der Tür mit dem Kostadjunkie, wir befinden uns auf dem Parukol Festival, also ich bedanke mich jetzt erstmal für das schöne Arnstein Riesenrad und da hinten ist Jekyll and Hyde, da ist Marius und ich bedanke mich jetzt erstmal für über 400 Abonnenten, richtig cool für euch. Und jetzt gibt es so ein kleines Highline, hab ich mir gedacht, auf dem Parukol Festival in Weze, dem größten EDM-Festival in Europa. So, alles up and ready, wir starten. Ich will mal nicht auf Waffe dachten, lieber wieder richtig kanten. So, Leute. Jekyll, Baby. Heee heee Das ist ja voll die Kante Das ist ja nicht so Du kannst nicht Wie geht das an, hei Wow So Leute, da ist die Mainstage Moraun Haruco Hill Ja, ich mag das nicht spielen Jetzt gibt der noch mal Gas, deswegen der fährt besser als Gammelfall, ne? Feuer! Das ist die größte Kirche von WC hier! So Leute, hier ein bisschen Mainstage! Ich traue mir ihre Stirmesfans einfach auf dem Festival zu greifen! Das ist der Kirmesstand, Alter! Scheiße! Boah! Boah! Auf jeden Fall hier noch das Arnstein-Riedenrad, hier ein Zocker und ein Kirmespeed, sieht ja sehr sehr gut aus! Oh, das ist die Mainstage! Da die Stage! War das gleich nicht die Mainstage? Wo ist die Mainstage? Das ist wohl die Mainstage! Oh, das ist wohl gar nicht die Mainstage! Was war das? Bild's Factory war das, ne? Genau das Bild's Factory! Die Mainstage ist da rechts! Okay, verkackt! Jetzt nochmal das gleiche, andersrum, ne? Sie machen Foto! Ja! 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 Je-Märk wie das Ding so gut schneiden! Nein! Etwas, sagt Business, ist schon gelöst! Gelker, das Ding so gut schneiden! Das ist ein Stück. Nein, bitte an, ich will noch mal fahren. Ich bin YouTuber, ich fang nicht auf. Ich bin der Kind, Marco. Ich mach mal ein bisschen mit. 40 Meter über WC. Alter! Ist nicht verliebt. Jetzt hält der an, Lovis. Bis zum nächsten Mal.